Die US-Nimitz wird ausgemustert. Die US-Nimitz schmiedet Pläne dafür, wie das riesige Schiff auseinandergenommen wird. Wer Flugzeugträger sagt, muss auch Nimitz sagen. Es gibt nur wenige Kriegsschiffe, die so ikonisch sind wie die CVN 68, besser bekannt als die US-Nimitz. Sie ist der erste Flugzeugträger der gleichnamigen Nimitz-Klasse und war Jahrzehnte das größte Kriegsschiff der Welt. Bald hat sie jedoch ausgedient. Das Dienstende wurde schon mehrmals verschoben. Jetzt scheint die US-Nimitz aber ernst zu machen und schmiedet Pläne, wie der Koloss auseinandergenommen wird, berichtet T-Drive. Die Nimitz ist seit 1975 im Einsatz. Sie sollte schon mehrmals ausgemustert werden. Weil sich aber der neue Superflugzeugträger Usgerald-Erford verzögerte, wurden das mehrfach verschoben. Wie aus dem Budgetvorschlag der Nevi für 2024 hervorgeht, ist das auch diesmal der Fall. Dieser sieht vor, dass die Nimitz noch bis Mai 2026 operativ bleibt. Danach wird man mit der Firma Huntington in Gals zusammenarbeiten, um den Flugzeugträger abzurüsten. Diese wurde 2011 aus dem bekannten Rüstungskonzern Nordrob Grumman ausgegliedert. Huntington in Gals wurde gewählt, weil diese als einzige Werft die Stilllegung von nuklearen Flugzeugträgern anbietet. Die US-Enterprise, der erste und bisher einzige atombetriebene Flugzeugträger der USA, der ausgemustert wurde, wurde hier außer Dienst gestellt. Huntington in Gals' Erfahrung mit der Materie kommt nicht von ungefähr. Schließlich wurden bisher alle US-Flugzeugträger mit Nuklearantrieb dort gebaut. Die Nimitz hat aufgrund ihrer gewaltigen Größe zwei Nuklearreaktoren. Das erschwert den Zerlegeprozess. Am Beispiel der US-Enterprise ist zu sehen, wie langwierig diese Prozesse sind und wieso eine frühe Planung nötig ist. Die Enterprise wurde 2012 in Stock gefahren und dort deaktiviert. Erst Ende 2016 wurden das nukleare Material entfernt. Die Außerdienststellung erfolgte am 3. Februar 2017. Offiziell verkündete Huntington in Gals erst im April 2018, dass die Enterprise frei von nuklearen Brennstoffen ist. Seitdem steht sie herum, bis sich die Nevi darauf einigen kann, wie es mit dem Schiff weitergeht. Im August 2022 hat sie vier Szenarien ausgearbeitet. Eines davon ist, einfach nichts zu machen. Die Enterprise soll weiterhin herumstehen und durch regelmäßige Checks soll sichergestellt werden, dass keine Strahlung der Reaktorkomponenten an die Umwelt abgegeben wird. Bei den anderen drei Szenarien wird sie komplett zerstückelt. Je nach Szenario, werden dann die strahlenden Reaktorkomponenten in vier, acht oder hunderte Pakete verpackt. Im Falle der vier oder acht, sind Schwertransporter nötig, und die Endlagerung erfolgt in einer Einrichtung der US-Regierung. Die hunderten Pakete würden auf kommerzielle Endlager aufgeteilt werden. Diese Lösung wäre der Nevi am liebsten Punkt. Die Zerlegung der Enterprise soll frühestens 2025 beginnen. Je nachdem für welches Szenario sich die Nevi entscheidet, wird der Prozess zwischen fünf und fünfzehn Jahre dauern, und zwischen 554 Millionen und 1,6 Milliarden US-Dollar kosten. Diese Entscheidung wird auch großen Einfluss darauf nehmen, wie die Nimitz abgerüstet und zerlegt wird. Aufgrund der gewonnenen Erfahrung mit der Enterprise, sollte es bei der Nimitz aber schneller gehen. Zudem hat die Nimitz nur zwei Reaktoren. Die Enterprise war im Grunde ein Prototyp für den Einsatz von Nuklearantrieben auf Flugzeugträgern, und hatte deshalb gleich acht Reaktoren. Der Bau der US-Nimitz kostete damals 4,5 Milliarden US-Dollar. Sie hat eine Verdrängung von 97.000 Tonnen. Vom Flugdeck gemessen ist sie 332 Meter lang, und 76 Meter breit. An Bord befinden sich 6.000 Personen. Die zwei Nuklearreaktoren erzeugen eine Wellenleistung von 260.000 SHP, 194 Megawatt. Dadurch kann der Koloss bis zu 58 Kilometer pro Stunde schnell fahren. Die Nimitz bietet im regulären Einsatz Platz für bis zu 90 Flugzeuge und Hubschrauber. Dazu gehören die F-A-18 und MV-22 Osprey. Andere Flugzeugträger der Nimitz-Klasse wurden bzw. werden modernisiert, um den Stahljet F-35C aufzunehmen. Die US-Nimitz ist nicht nur der älteste Flugzeugträger der US-Nivi, sondern auch der älteste Flugzeugträger der Welt, der derzeit noch im aktiven Einsatz ist. Die Nimitz war bei zahlreichen Konflikten involviert. Im Dritten Golfkrieg wurden über 6.500 Kampfeinsätze von der Nimitz ausgeflogen. Bekannt wurde die US-Nimitz auch durch den Film T-Final C-O-U-N-T-D-O-W-N-Anführungszeichen aus dem Jahr 1980. Dieser wurde an Bord der Nimitz gedreht. Im Film wird die US-Nimitz in das Jahr 1941 versetzt, kurz bevor Japan Pearl Harbor angreift.